Die E-Mail erfreut sich in Unternehmen ungebrochener Beliebtheit. So erhält heutzutage jeder Mitarbeiter allein 4.500 geschäftliche Mails pro Jahr. Tendenz steigend. Diese Flut an E-Mails bringt für Unternehmen einige Probleme mit sich. Mailbox-Quotas werden gesprengt und die Leistung der E-Mail-Server leidet. Nach bestimmten E-Mails und Anhängen zu suchen, ist unter diesen Umständen fast unmöglich. Zur Archivierung und zur Verwaltung der E-Mails werden in Unternehmen oft nur lokale Archivdateien wie beispielsweise PST-Dateien angelegt. Diese Dateien lassen sich nur schwer durchsuchen oder sind fehlerhaft, sodass E-Mails gar nicht wiederhergestellt werden können. Hinzu kommt, dass E-Mail-Archivierung in vielen Ländern gesetzlich vorgeschrieben ist. Die genauen Richtlinien hängen dabei auch von der jeweiligen Branche, in dem ein Unternehmen tätig ist, ab. Doch trotz vieler Gesetze und Richtlinien, trotz langsamer E-Mail-Server und trotz der Schwierigkeiten, alte E-Mails und ihre Anhänge wiederzufinden, archivieren nur wenige Unternehmen richtig. Und das, obwohl ein Archivierungsprojekt einfach umzusetzen ist, mit Retain von Guava. Retain ist in wenigen Schritten installiert. Ein aktueller Windows- oder SUSE-Linux-Enterprise-Server in Kombination mit einer MySQL, MSSQL, Postgre oder Oracle-Datenbank reicht völlig aus. Dabei haben Unternehmen die freie Wahl, ob ihre Daten lokal hinter der eigenen Firewall oder in der Cloud bei einem Guava-Cloud-Partner gespeichert werden. Nach der Installation wird abschließend ein Archivierungsjob angelegt, um die Archivierung zu starten. Dabei werden folgende Inhalte festgelegt. Erstens, wann wird archiviert? Zweitens, was wird archiviert? Zum Beispiel Anhänge, Notizen, Jobs und Kalendereinträge. Drittens, wie wird archiviert? Zum Beispiel Journaling, Mailboxen und Verteilerlisten. Von nun an wird jeder eingehende und ausgehende E-Mail samt Anhang in der Retain-Datenbank gesichert. Um Speicherplatz zu sparen, wird jede E-Mail dedupliziert gespeichert. Das heißt konkret, dass jeder E-Mail-Text und jeder Anhang nur einmal archiviert werden. So werden bis zu 60 Prozent Speicherplatz eingespart. Damit Unternehmen die Gesetze hinsichtlich der Archivierung von E-Mails erfüllen, werden die E-Mails von Retain unter anderem unveränderbar, langfristig und jederzeit durchsuchbar gespeichert. Für die Suche werden sowohl der E-Mail-Text als auch der Anhang von Retain indiziert. Administratoren und Nutzer haben wie gewohnt Zugriff auf ihre E-Mails, direkt über ihren Mail-Client, wie beispielsweise Outlook oder über das Retain-Webinterface. Die Ordnerstruktur aus Outlook wird hierbei übernommen, damit der Nutzer sich leicht in Retain zurechtfindet. Selbstverständlich können die Anwender über Smartphones und Tablets auf ihre E-Mails zugreifen und sie wie gewohnt lesen, weiterleiten, drucken und exportieren. Retain sichert je nach Bedarf nicht nur E-Mails, sondern auch die soziale Kommunikation wie Facebook und Twitter, mobile Textnachrichten wie Android und Blackberry und Instant Messages. Zudem unterstützt Retain Unternehmen auch bei Upgrades und Migrationen von Mail-Systemen. So ist die Zukunftsfähigkeit auch diesbezüglich gesichert. Hier noch einmal die Vorteile im Überblick. Sichere Archivierung Ihrer Unternehmensdaten. Selbst alte E-Mails und Anhänge werden schnell gefunden. E-Mails lassen sich auf Knopfdruck wiederherstellen. Höhere Produktivität der Mitarbeiter. Entlastung der Mail-Server bzw. Steigerung der Performance. Sicherheit Ihrer Daten auch in Cloud-Umgebungen. Erfüllung von gesetzlichen Vorschriften und Compliance-Anforderungen. Alles in allem ein guter Return on Investment. Weitere Informationen zu Retain wie eine kostenlose Produktdemo erhalten Sie unter www.guava.com. Gern stehen Ihnen unsere Mitarbeiter unter dieser Nummer für Fragen zur Verfügung.